Hallo zusammen, ich bin Bissau Gummibomb und ich bin gerade sehr überrascht, dass das funktioniert hat, dass ich anfange aufzunehmen. Kein besonderer Grund, ich weiß nicht, wieso ich überrascht bin. Ich habe genau das gleiche gemacht wie sonst immer. Aber irgendwie dachte ich, mein Mikro ist aus oder so, irgendwas mache ich normalerweise beim ersten Mal immer falsch. Und deswegen bin ich jetzt irgendwie nicht sehr vorbereitet darauf, ein Video aufzunehmen, wo ich mich hingesetzt habe, um ein Video aufzunehmen. Es ist nicht, es macht keinen Sinn, it's fine, it's fine. Niemand glaubt mehr an uns, by the way, also an mich. Es gibt nicht wirklich an uns, weil die, die nicht mehr an uns glauben, sind auch Teil des... Okay, schlechter Anfang, schlechter Anfang. Anyways, Schwabenboy glaubt, wir gewinnen nicht mehr, Frank Schneider glaubt, wir gewinnen nicht mehr, ich glaube, wir gewinnen... Ey, ich glaube natürlich, wir gewinnen. Logisch. Positives Denken. Ich meine, wir haben den Balken hier halb voll. Ja, schaut euch das an. Wir haben den Balken voller als die beim Wissenschaftssieg. Easy win, no props. Okay, äh, was machen wir eigentlich? Ich meine, wir machen einen Kultursieg. Das bei... Hello? Nicht, dass du da auf blöde Gedanken kommst. Alle haben uns lieb, außer das Arschloch. Aber so ist es ja immer. Wir kommen in ein dunkles Zeitalter, was mir nicht optimal ist. Vielleicht können unsere... Ich meine, diese Rockband, Leute, wenn diese Rockband hier ewig überlebt, sie heißt Please Don't Kill Me, also das ist eigentlich kein Grund, wieso sie nicht ewig überleben sollte, dann haben wir vielleicht auch eine Chance. Können wir noch eine Rockband machen? Wieviel kostet mich die nächste Rockband? Rockband! 900. Da kommen wir sogar hin. Das wird aber die letzte sein, die wir uns leisten können für den Rest des Spiels. Oh well. Oh well. Ist so leise. Die Hoffeste bringen genau Nüsse. Ich mache es jetzt trotzdem. Was soll ich denn sonst machen, he? Scheiße. Ey, genau. Das geht ja. Okay, es ist... Fucking Wilfried. Fucking Wilfried. Das ist eigentlich wie immer das... Es sind schon wieder die kanadischen Hügel. Es sind schlussendlich immer die kanadischen Hügel, das Problem, okay? Ihr nur sollte da mal mit so mit dem... Keine Ahnung. Mit dem... Mit dem... Wie heißt denn das? Mit dem Nudelweiker drüber. Über... 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 Keine Ahnung. Heißt das auf Deutsch auch... Heißt das... Habe ich das jetzt gerade Deutsch oder Österreich gesagt? I don't know. Hello? Was haltet ihr davon? Ich weiß es nicht. Oh! Du gibst mir mein... Du gibst mir mein Du zurück. Wait. Und du gibst mir 42 Gold pro Runde? Ähm. Halt ich viel von. Halt ich... Halt ich sehr viel. Wunderbar. Und die Globalisierung, das bringt uns... Nichts. Okay, cool. Äh, äh, den nimmer. Die können überhaupt keine... Geh bitte, musst du jetzt jedes Mal irgendwas mit Welt um... Wenn ich den... Okay. Wenn ich den fucking, äh, Wissenschaftssieg machen will... Kein einziger Wissenschaftler, der irgendwas zu tun hat mit fucking Weltraumrennen. Jetzt einfach 5 hintereinander. Die KI Hardware in Infraxis sitzen. Ich sag's euch, die wurden schon übernommen von Skynet oder so. Deswegen kriegt ihr die ganze... Die Bullshit hier. Großer Künstler. Ja, damit... Warte mal. Müssen wir ein bisschen Mottos und so rumscheißen? That is possible. Aber wenn du noch kein Motto... Du hast kein Motto. Aber hast du überhaupt ein Motto? Du hast wahrscheinlich kein Motto, gell? Das gibst du mir. 4, 8, 4, 4... 2, 2, excuse me? Wie sollen wir Krieg und Frieden? Oder wenn Krieg und Frieden so ein Schandliteratur ist, dass es nur zwei Tourismus hergibt? Du hast das Motto, du hast das Motto. Also in den Kunstmuseen haben wir überall das Motto, nicht? Nur in den archäologischen haben wir es nicht. Ich hätte nie archäologische Museen bauen sollen. Das ist nicht für den Arsch. Wer braucht archäologische Museen? Du musst zwei... Ich meine, du machst trotzdem fast zu viel wie wir. Kompass... Heldenreliquien. Okay, Helderin oder Reliquien. Ich weiß nicht. Heldenreliquien. Das sind der Shit apparently. Das hingegen überhaupt nicht. Ja, ich brauch mehr Heldenreliquien. Vielleicht kann ich mir die ja tauschen. Ist ja geil. Okay. 1, 3, 4, 3, 4, 4. 3, 2? Wieso ist... Ja. Wieso ist die Landschaft nix wert? The fuck is this shit? Wieso ist das hier 3, 4? Bitte? Und das ist 3, 2. Na, ist einfach nicht okay so. Boyscheter... Ah ja, das braucht ja die Literatur. Hammerding Goethe drin. Das kann ich nicht schaden. Nicht so ein bisschen Goethe. Ähm... 4, 4, 4, 8, 4, 2... Woof! Okay, du musst hier raus. Kann ich das hin, Willow? Kann ich das zerstören? Kann ich dich weg... Ah, das hatte ich schon mal das Problem, gell? Das ist... Das ist den Shit, den ich hab nicht mehr... Jetzt müsste ich ihn irgendwie geben, aber wen gebe ich ihm den Bullshit? Okay. Wir brauchen... Okay, Nummer 1. Wir brauchen Heldenreliquien. Hey, Heldenreliquien? Wieso sag ich Heldenreliquien? Was ist los mit mir? Oh mein Gott. Das ist, was ich momentan nie aufnehme, okay? Ich bin's nicht mehr gewöhnt. Ich bin nicht vorbereitet. Mein Kaffee ist fast leer. Goddamit. Okay, Heldenreliquien. Wer hat Heldenreliquien? Wer hat Heldenreliquien und produziert keine Kultur? Das ist die Frage. Okay, Kuppe. Wir fragen mal bei Kuppe und bei Friedrich nach, was bei Ihnen so geht. Kuppe. Madut. 3, 2, 3. 2, 10. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 10. Okay, ja. Es ist kein roter Bullshit dabei. Das ist möglicherweise möglich. Möglicherweise möglich. Warte, wir haben noch einen Schriftsteller rumhocken, oder? Wir haben wahrscheinlich sogar zwei Schriftsteller rumhocken. Du hast noch wie viel Auflagen? Die Goethe. Wieder die Leiden des jungen Wärters. Gott. Gott, damit bin ich ja kein Großer. Das habe ich aber schon mehrmals gesagt. Immer wenn das Thema kommt auf die Leiden des jungen Wärters. Also, muss ich kurz rauslassen, dass ich ihn nicht mag. Ja, wir haben genug Schriftsteller. Ähm, also werden wir mal unsere Schriftstücke los. Ja. Kippe. Geben wir mal die Simpatze und dann schauen wir mal, was du da alles dafür haben willst. Mhm. Mhm. Wirklich. Gibt ja so viel Shit und du wirst es immer noch nicht heil gehen. Ich meine, Rome und Julia, der Fürst ist auch lahrend. Meine Lebensphilosophie. Ähm. Nicht mal an. Come on, dude. Es ist nicht rot. Kann ja nicht sein, dass du das dermaßen geil findest, die Simpatage. Du hast das sicher eh schon gelesen. Ähm. Aha. Er sagt auf keinen Fall und, und, aber es ist kein rotes Ding, sie sind mehr dabei. Wieso ist kein rotes Ding, sie sind mehr dabei? Auf keinen Fall. Auf keinen, er gibt sie nicht her. Er gibt mir die schönen Sachen nicht. Gib mir doch die schönen Sachen. Okay, schade. Gib mir jedenfalls schöne Sachen. Das zweite war der gute Friedrich. Friedrich. Die Arthussage kommen. Nee, das war einmal kein Fall zu stimmen. Das ist jetzt alles Wappler. Nachtstück in Estor. Ich habe selber Musik. Das ist nicht das Problem. Mein Problem sind die Heldenreliquien. Aber langsam das Gefühl, niemand von denen gibt mir das. Weil sie alle saugeil sind auf ihre Reliquien. Die gehen nicht mal auf einen Kultursieg. Was braucht sie die scheiß Reliquien dafür? Ja, mit dir rede ich nicht, weil du bist ein Pisser. Okay, ähm, well, that didn't work. So, äh, wir müssen jetzt trotzdem shitlos werden, nicht? Wir müssen den shitlos werden, nämlich haben wollen. Das ist, wenn wir jetzt den Kuppen in den Arsch decken. Also, was war das noch einmal? Eigentlich eh nur das, oder? Der Rest ist in einem Theater, da passt ja nichts anderes an. Martin Palast passt aber was anderes an, gell? Ja, was auch immer, da passt alles rein. Okay, du musst da auch weg. Das kommt weg, die Literatur hier. Und Krieg und Frieden kommt weg. Und, ähm, der Rest passt so eigentlich. Krieg und Frieden und shit, das andere habe ich schon wieder vergessen. Komischer Name. Nicht komisch, sorry. Das war vielleicht leicht rassistisch, weil ich glaube, das war das Arabisch oder so. Für mich komisch, okay? Chill. Roman, Julia, Masnavi, Krieg und Frieden, so. Geschenke, kannst du mir wirklich irgendwas dafür geben, vielleicht? Ich meine, ich schenke dir hier Bücher. Irgendwas? Wie wär's mit bisschen Geld? Oh, okay. Wie wär's mit viel Geld? Oh, gescheit. Yes, ma dude. Da kommen wir ins Geschäft. Der weiß, gute Literatur zu schätzen. Ein Mann von Welt. Der gute Friedrich. Will man gar nicht annehmen. Eineinhalb benötigt Befehle. Bist du damit, denke ich? Ich glaube, das ist auch alles, was alles erschaffen. Ah ja, genau die Dings, das muss ich bauen. Ride, 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 ride. Ich kann mich hier voll erinnern, was ich machen wollte. Ähm. Ja, müssen die beiden machen. Genau, ich nehme das Hebel. Hallo? Was ist der Problem? Wieso kannst du... Hallo? Wieso darf ich da kein Ding sie drauf bauen? Aber ich von da aus nix bauen darf. Das war auch eine bodenlose Frechheit. Ah, die Hochhassersperre dauert 41 Sekunden. Ja, das kann man aber auch nicht kaufen oder so, gell? Aber die sind nicht beschleunigend im fucking Bordeaux. Küste. Aber das ist ja gerade erst überschwemmt worden. Warte, das wird eh alles überschwemmt? Du baust die Hochhassersperre nur für hier? Ja, das heißt, ich kann es hier jetzt nie bauen? Nur weil der Berg am Wasser... Was ist mit dem? Was ist, wenn ich da hänge? Wenn ich da hänge? Bin verwirrt. Vor allem. Erge Wurscht. 1, 2... Nicht 1. Nicht 1. Nicht 1. Nicht... 1, ja. Aber ich geh da bauen. Aber dann kann ich da nicht bauen. Müsste ich da bauen, kann ich da nicht bauen, muss ich da bauen. Ich geh da nicht bauen, müsste ich da bauen. Aber es geht nicht. weil es grundsätzlich dann mal einmal damit versagt mit zwei rechte die machen könnte dahin ausbreiten ich weiß nicht das gescheiter ist gibt 1 2 3 4 5 du dies das gibt mir dabei es gibt mir da kann ich ja gar nicht drauf bauen naja wurscht wir bauen dahin ist fein ja das was du hier kannst du aus dem weg bitte da muss man arbeiten der muss nämlich tatsächlich das hat können im gegensatz zu dir naja ja 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 es gibt ja trotzdem aus was los mit mir ich muss das ausprobieren okay ich kann es nicht du bist dahin du bleibst hier einheit benötigt befehle du bleibst hier ja 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 wir haben jetzt wir sind ja den ganzen busche losgeworden du kannst wir nicht hin ich sage jetzt mal kurz her die großen werke ja ein palast oder mal kann sie nicht einfach er genau gesehen hinhauen musikwerk haben eh noch plätze das ist für musiker brauche ich da mal nicht sparen das bist du da bist du wieder großer wissenschaftler wir sind nicht so die freunde der wissenschaft hier ja okay haben halt seerosen raus ich hätte lieber ihnen eine heldenreliquie gehabt aber ich habe keine bekommen der einheit benötigt befehle du musst zu in einem campus campus waren wir da da waren wir noch nicht der penalty bei der oma man auch nicht aber da brauchen wir zwei runden hin okay geh da hin nicht sterben junge nicht sterben 16 prozent könnte genauso gut nur sein neue 7000 tourismus erzeugt die ok einheit benötigt befehle du musst mal wieder im raum helfen zu stellen okay wir sind nicht bei mir im wildfried der band wird das land habe ich schon immer nach otto war geschickt ich muss nachschauen unterwegs nach paris nach ottawa nach paris wieso schicken wir zwei leute nach paris genau also nein du kommst du kommst zurück ja 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 paris ist auch meine eigene hauptstadt du gehst nach gebäck du bist eine neue stadt und zwar wie die pecker ist ja der wird überall solche haben eine benötige für das verstehe ich halt nicht meine ehr abhauen will wieso zum geier macht der blöde pisser immer noch so viel kultur sind seine raketen kultur angetrieben oder wie brauchen die fucking hängen sie hängen sie im space shuttle den bilder auf oder so nächste runde ich nehme mehr auf oder ich bin jetzt ja ich werde überrascht und das mikros auch ein genau davon weil ich ja auch überrascht mal 205 und 209 wie für unten aber noch zeit sechs gibt mir das punkt ist ja im haus im weg aber nur gefragt du passt jetzt warte mal du bist es denn ja warte mal das geht ja eh nicht das hatte ich da jetzt nicht vor das ist der gleiche berg ich hasse warte mal ich brauche kurz die hexe ich brauche kurz die wissen kartenoptionen nah nah wo waren das nah gibt anzeigen bitte jetzt sich bei bergen sieht es gibt ähnlich das sind zwei berge dass nur ein berger er ist nur ein berg das ist nur ein berg ist tatsächlich nur ein berg mx everything way said das ist wenn das nur ein berg ist okay dann müssen wir dahin haben keine wahl hier passt dann kommst du dahin nur noch das gleiche scheiß problem wie vorher bisher auch ein berg du bist auch ein berg wir werden sehen wir werden sehen wir machen mit 867 tourismus kommen so gut wie nah bist du im diplomatiesieg noch mal na ich nicht geht schon wissenschaft er ist schon der kann man ja eigentlich gar nicht mehr aufhalten mit unsern mit unserem spiel nage bullshit das interessiert die genanisse habe ich nicht kanonenboot diplomatie drin nein das ist da kann ich jetzt auch nicht durch ja wird er der unwahrscheinlich also das wäre bei bringen mehr raum hätten wie mehr exo na nur wenn er die anderen dinge ist baut gern ich kann mir davon abhalten das exoplanet scheiß ding sie fertig zu kriegen it's possible da ist eine Uni drin ja da ist eine Uni drin das war schön für ne zeit aber naja haben sie sich aufgelöst zu viel das war schön für ne zeit aber naja haben sie sich aufgelöst zu viel die drogen rock band da haben wir eine korn kann let's go du bist unsere neue hoffnung riesige augen 750 tourismus nicht ganz so lang sieg ja wenn wir so weitermachen und jedes mal zwei rock bands verballern aber den sieg bereits in schlanken 533 runden no props nächste runde der kanadie stufe 4 hurricane das hat uns gerade noch gefällt ja jetzt ja passt endlich mal ein musiker hier wenn das tanzbein schwingen wenn wir noch mehr berge mit schirten zu pflastern er hat benötigt befehle was kriegst du nein scheiße sebe da noch helfen hast du sebe da noch helfen ich meine du bist da nicht überhaupt du wirst ja was sebeider und fucking hefen haben ja das ist aber nicht besonders für die sebeider und hefen what is wrong with you du bist überall am meer und baust keine hefen und sebe da warte mal das ist aber nicht das sind ja nicht mal hefen das ist ein hafen das ist ein fucking ding das ist ein wasserpark und im wasserpark machst du genau gar nichts hast du sebe da ja der hatte die bitte der hat jetzt wirklich i mean are you fucking kidding me das ist ein das ist das für ein weirdo haben hallo äh ich glaube es ist überflutet worden geiler haben mit nem mehr super haben nicely done einmal zwei hafen drei hafen bis dahin haben wir eine weitere beförderung verdient haben ne fein blöden haben haben wir nicht schiefswert besitzt er hat eh ein schiff bedroht die karotten ok ok well played spiel well played du kannst jetzt wieder nix sehen wo rein haben wir sind auf 873 ich mein wir machen eh das problem das problem ist nicht dass wir keinen tourismus machen das problem ist dass der deppete scheiß kanadier ein arsch ist das ist das problem wie üblich wir sind eigentlich nur spielen ich muss übrigens gleich wieder aufhören oh wir können dann ok riesige augen let's go ok nicht tot damit bin ich ja schon zufrieden mehr will ich gar nicht spiel ich will nur dass sie nicht sterben vielleicht sollte ich sie einfach alle please don't kill me nennen please don't kill me one aber dann kann ich naja ich will dich bedrohlichen karotten nicht umbenennen das spricht eben was tief in meiner seele an dieser name anyways wir haben 20 minuten aufgenommen by the way ha ich hab mal wieder vor zu streamen glaube ich aber wir ich glaube ich probiere das youtube streaming dings aus wieso weil ich es noch nicht ausprobiert habe weil ich das gerne machen würde das wird höchstwahrscheinlich morgen passieren wir werden aber nicht ziv streamen sondern wir werden warhammer 2 streamen aber nur dass ich das einmal so im allgemeinen ich meine es kommt doch noch ein ankündigungsvideo aber ich hab mir gedacht ich sag's einmal morgen warhammer 2 wahrscheinlich um 4 circa probably hab ich mir vorgenommen wird höchstwahrscheinlich passieren dann hab ich mir gedacht ich sag das in dem Video jetzt auch noch ist das sinnhaft weiß ich nicht wenn nicht dann ist jetzt blöd weil dann hab ich alle eure Zeit verschweigt ihr hättet das Video aber schon längst abdrehen können wenn man ehrlich ist ich meine ich hab schon gesagt wir haben 20 minuten gespielt da hör ich immer auf das ist wenn ihr mir jetzt noch zuhört dann seid ihr wirklich selber schuld da kann ich jetzt nicht zu viel dafür ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzusehen wenn es der Fall war lasst doch einen Like oder einen abonniert den Channel aber vor allem schon beim nächsten Mal wieder vorbei vielen Dank fürs Zuschauen Baba Bye